Top 5 Kleidung Organizer, Ordnung im Kleiderschrank leicht gemacht Ich habe die LifeWit 3 Stück Aufbewahrungstaschen mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern gekauft und bin vollkommen zufrieden. Die Taschen sind groß genug, um alle meine Bettdecken, Decken und Kleidung problemlos aufzubewahren. Der Deckel schützt alles sehr gut vor Staub und Schmutz. Besonders gefällt mir, dass die Taschen faltbar sind und daher sehr platzsparend gelagert werden können. Die graue Farbe ist zudem sehr ansprechend und passt gut zu meinem Kleiderschrank. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Ich bin absolut begeistert von der Budding Joy 6 Stück 90 Liter Aufbewahrungstasche. Die Taschen sind einfach unglaublich geräumig und es passt wirklich alles hinein, angefangen von Kleidungsstücken bis hin zu Bettdecken und Bettwäsche. Besonders praktisch ist der faltbare Deckel, der das Ganze gut schützt und gleichzeitig den Zugriff einfach macht. Außerdem ist die Tasche sehr robust und sollte lange halten. Ich denke, dass ich mir bald noch weitere zulegen werde, da ich von dieser Aufbewahrungsmöglichkeit wirklich begeistert bin. Absolut empfehlenswert! Ich bin wirklich begeistert von der LifeWid Aufbewahrungstasche. Die Taschen haben ein Fassungsvermögen von 35 Litern und bieten viel Platz, um Kleidung, Bettdecken, T-Shirts und andere Gegenstände aufzubewahren. Das klare Fenster erleichtert das Finden der benötigten Gegenstände und die faltbaren Umzugskartons sind sehr praktisch. Der graue Farbton fügt sich perfekt in mein Einrichtungskonzept ein. Alles in allem ist diese Aufbewahrungstasche eine großartige Wahl für alle, die nach einer einfachen, aber effektiven Möglichkeit suchen, um ihre Kleidung und persönlichen Gegenstände zu organisieren. Ich habe mich für diese Vierer-Packung Jeans-Kleiderschrank-Organizer von Vangirl entschieden und bin total zufrieden damit. Der Stoff ist robust und die PE-Trennwände halten die Kleidungsstücke gut sortiert. Der Organizer ist einfach zu installieren und hat perfekte Größe für meine Jeans, Hosen, Pullover und andere Kleidungsstücke. Ich kann ihn sogar auf meinen Regalboden legen, um zusätzlichen Platz im Kleiderschrank zu sparen. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie auf der Suche nach einer praktischen und platzsparenden Kleideraufbewahrung sind. Ich habe mir das Songmix-Hängeregal gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr praktisch und platzsparend. Der Kleiderschrank-Organizer lässt sich einfach aufhängen und nimmt kaum Platz ein. Die Metallhaken sind stabil und halten das Regal sicher an der Tür. Die Bambuseinsätze sorgen für eine ansprechende Optik und die leinenartige Textur des Regals ist sehr angenehm. Ich kann das Songmix-Hängeregal jedem empfehlen, der eine praktische und platzsparende Lösung für die Kleideraufbewahrung sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.